Hallo Leute, heute habe ich einen Raid für euch mit der AKSU, ich war für Punisher 3 unterwegs und hatte die ganz gut gemoddet mit PP-Ammo, von der ich auch angenehm überrascht bin und war auf Customs in den Dorms unterwegs und ja, was soll ich sagen, da habe ich zum ersten Mal dieses neue Feature der Gruppenspawns von Skeffs erfahren oder ich weiß nicht, ob das ein Bug war, auf jeden Fall sind da ein Haufen Skeffs gespawned und hier und da noch der ein oder andere PMC. Ich meine, viele Skeffs sind gut, wenn man 25 Skeffs-Kills braucht, aber war vielleicht hier und da ein bisschen zu viel. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, auf jeden Fall die AKSU hat einen guten Job gemacht, war ein spannender Raid und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da, hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video, jetzt viel Spaß. Ja, wir gehen direkt drüber. Direkt. Dreier Doms. 2, 2, 0. Ein bisschen looten. Der Lamper hat, ja, so viel wie ich im Moment stream, ne? Denke ich mir auch. Oh, oh. Hey Amy, hier ist euch schon das Minimum Eier. Gut, denke ich mal drüber nach. Oh, shit. Es inventado. Oh. 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 Musique. Fragile esfuerz? Wo ist der? Da kommt ein Laser hinter mir. Das war's für mich. hier wurde was abgeknallt keine ratte alter was ist denn hier los, man? Alter, was ist hier los? 10.000 Scavs und ein scheiß Spieler, der sich in die Doms legt, ey ich meine, ich brauche das Scav Kills, ist ja okay oh Gott, ey eine Fresse, ey hey, Exilio wer ist Scavs? das ist ja scheiß das ist so eine Scav Gruppenbildung richtig hart gott ist ja auch sehr gut äh sind Jetzt noch 20 Leichen looten? Naja, das werde ich nicht looten. Jetzt erstmal Amore, wenn ich hier gleich noch Besuch bekomme, sind alle meine Max leer. Happy Smoothie, servus, wie geht's? Außen ist was. Spieler. Tannischer 3 ist schon fertig. Name of us. Ist über mir. Okay. 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 What the fuck? Ich habe keinen Splinter-Bike gegeben. Das war's. Ich muss raus hier. Das hilft nichts. Das war ziemlich schnell. Ich habe null Amo mehr. Und das Essen wird niedrig. Ich muss hier sowas mit raus, ey. Ich sterbe wahrscheinlich. Ich sterbe wahrscheinlich. Ich sterbe. Alright. Ich sterbe. stay. Alter! Zehntausend Scavs, die dir alles wegblecken. Was ist das denn? Holy shit! Habe ich noch nie erlebt. Interessant. Ich habe meinen Splint vergessen. Das ist das Problem hier, ey. Ey, du, ja, ich wünsche dir auch. Ich habe noch 87 auf meinem Ding, ey. Fuck. Fuck. Ich habe meinen... Gut, ich habe die Scav-Kill-Quest fertig. Ich hoffe, da das scheiß Boot ist offen. Ja, klar, dass der Scheiß nicht offen ist, ey. Ich frage mich, wie ich noch rennen kann. Achso, auch geleckte Beine kann ich ja rennen. Alter. Stirb im Wasser? Junge, was ist das denn für ein Plan? Das war ja das traurigste Kommen des Tages. Gib auf und stirb im Wasser. Hey, Lilly, ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, wir kommen. Ich finde, ich finde, wir kommen. Das war's für heute. Easy Extract. Stirb im Wasser. Eieieiei. Holy shit. Alter. 19 Scafs und ein Spieler. Hä? Irgendwo habe ich noch ein Spieler erschossen. Irgendwo bei den letzten Scafs war wohl ein Spieler dabei. Irgendwo. Keine Ahnung. Faszinierend. Irgendwo war ein Spieler. Ich weiß nicht wo, aber ja, war einer.